Hallo Freunde, Assalamu alaikum, hier nochmal ein gesegnetes, gesegneten Ramadan wünsche ich euch. Ich bin im Ramadan angekommen, ich fühle mich gut, es ist ein jetzt paar Tage hinter uns und ich hoffe euch geht es auch gut. Schreibt doch einfach, wie ihr euch heute fühlt. Und das ist interessant, damit andere auch lesen, wie ihr mit Ramadan gerade zurechtkommt. Das würde mich auch brennend interessieren, wie ihr als Zuschauer auch das seht. Ja, heute geht es weiter mit einem Thema, das mich auch jedes Jahr beschäftigt. Und da frage ich mal wieder die Mispa, welches Thema ist es denn? Ja, wir wollten uns... Was mich beschäftigt, ne? Was dich beschäftigt. Hast du die Frage gesehen? Ich kann Gedanken leben. Hast du die Frage gesehen? Erzähl du mir, welches Thema mich beschäftigt. Ich bin so flörend hier. Ja, ich frage mal die Frage, die ich fragen will. Ja, bitte, klar. Wer muss denn überhaupt alles fasten und wer nicht? Ja, alle, die in der Lage sind zu fasten, müssen fasten und diejenigen, die nicht in der Lage sind, müssen nicht fasten. Also, Kinder müssen nicht fasten, ganz klar. Altersschwache müssen nicht fasten. Kranke müssen nicht fasten. Schwangere müssen nicht fasten. Unter ganz schweren Bedingungen Arbeitende müssen nicht fasten. Eines fehlt noch. Schwangere habe ich doch schon gesagt. Hast du ja. Schwangere habe ich schon gesagt. Hungernde meinst du? Betrifft auch noch Frauen? Hungernde meinst du? Hunger, nein. Also, natürlich, Frauen, die ihre Tage haben, müssen auch nicht fasten, ganz klar. Und was... Und, glaube ich, Reisende, ne? Reisende müssen nicht fasten. Vielen Dank. Also, wir haben hier eine ganze Reihe von Menschen, die nicht fasten müssen. Bei medizinischen Dingen, klar, die ärztliche Rat ist einzuholen. Auf jeden Fall sollte man einen Arzt zurate ziehen. Und der sich auch... Ein Arzt, der sich ein bisschen mit Ramadan auch auskennt und... Oder auch eine Ärztin. Oder... Danke. Hab ich erwischt. Entschuldigung. Eine Ärztin oder ein Arzt. Also, er, sie, es. Sollte... Also, klar, dringender Rat, bei medizinischen Fragen immer Ärztinnen und Ärztinnen zu rate ziehen und abstimmen. Viele Menschen, die eben chronische Erkrankungen haben, können gar nicht fasten, dürfen gar nicht nicht fasten. Ähm... Oder... Bei besonderen Dingen, wo der Mensch psychisch nicht in der Lage wäre, zu fasten. Oder... Eben... Ähm... Von vornherein... Klar ist, man wird... Äh... Etwas... Sehr, sehr herausforderndes, sehr, sehr schweres... Äh... Äh... Vor sich haben, kann, kann, kann darauf verzichtet werden. Aber das sind eher Sonder, Sonder... Also, äh... Heißt ja sogar, dass sie nicht fasten dürfen. Also, es ist ja nicht so, dass es, äh... Äh... Kranke, Kranke, klar... Also, es ist ja praktisch auch ein Verbot. Genau. Kranke, äh... Man darf ja nicht die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen. Äh... Also, diejenigen, die ihr... Ähm... Es ist eher als die Pflicht zu fasten. Das ist ganz klar. Das muss man also ganz klar unterstreichen, dass, äh... Die Gesundheit geht, äh... Geht vor. Das Fasten geht nur, wenn die Gesundheit es zulässt. Das heißt aber auch, so klimatisch... Klimatisch bedingte Zustände, wie wenn es ein heißes Sommer wäre, ne? Das Fasten. Es gab ja auch so Fälle, wo dann, ähm... Menschen auch gestorben sind. Ja. Weil es einfach zu heiß war. Ganz genau. Ganz genau. Also, bei kritischen, äh... Hitzewellen, äh... Äh... Könnte das... Eine Ausnahme sein. Aber da würden sich die Muslime eh sich darüber einig werden. Ähm... Das muss man auch diskutieren. Und, und es ist auch personenbedingt. Das heißt, Menschen, die in ganz heißeren Klimazonen sowieso täglich leben, äh... Was für die, äh... Normal ist, wäre für uns eine starke Hitzewelle. Wir wären quasi gesundheitlich beeinträchtigt. Das bedeutet für uns, ein, ein Mensch jetzt aus dieser, aus dieser klimatischen Zone, äh... Könnte da schon gesundheitlich... Ich denke, es kommt da ja aber auch... ...gesundheitlich sehr, sehr gefährdet sein. Müsste eventuell darauf achten. Hm. Was, bis, äh... Bis, äh... Der oder diejenige sich anpasst an diese neuen Bedingungen, könnte man diesen... Es geht ja dann letztendlich, denke ich, auch um Ressourcen, ne? Wenn jemand, äh... Jetzt nicht die klimatisierte Wohnung hat, oder sich das nicht leisten kann. In solchen Gegenden ist ja natürlich schon mal was anderes, als wenn du jetzt finanziell gut aufgestellt bist und, äh... Ganz genau, ganz genau. Nichtsdestotrotz, äh, ich kenne das natürlich aus der weltweiten, äh, Verbindung, die wir haben, dass es, ähm... Dass die, dass die Muslime in heißeren Ländern, ähm, ähm, schon relativ, äh, stabil durchfasten. Und die Kranken, äh, also man passt... Man muss eher die Kranken dann eher überzeugen, weil viele sagen, ah, ich bin doch nicht so krank. Deshalb, äh, sollte man auf jeden Fall einen medizinischen, ähm, medizinischen Rat holen. Und die Medikation eventuell anpassen. Das ist ganz menschlich. Also stell dir vor, äh, meine Mama, die Gesegnete, die ist ja schon verstorben. Möge Allah ihr Rasile gnädig sein. Ähm... Sie war schon 80 und, äh, sie hatte chronische Erkrankungen. Das war nicht einfach. Jemand, die seit 60 Jahren fastet, ähm, sagen... Dann sagt sie, mein Kind, ich hab 60 Jahre gefastet. Und ich werd jetzt nicht wegen dieser einen Tablette, die ich jetzt fünf Stunden später auch einnehmen kann, mein Fasten unterbrechen. Das mach ich nicht. Und du kannst ja niemanden zwingen. Es fehlt dann was, ne? Ja, bitte? Fehlt dann einem was auch, ne? Ja, und da fehlt einem was, da ist diese, äh, seelische, spirituelle Bedeutung viel höher als jetzt diese Verschiebung und diese gesundheitliche, ähm, Moment. Wenn, wenn die dann, ähm, manche riskieren eben ihre Gesundheit, das deshalb. Und da muss man oft dann, so, 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 die Leute, die, die Familie, die Kinder betteln eher die Erwachsenen drum, die in so einer Lage sind, sagen, Mama, Papa, bitte, du weißt doch... Weck mich auch auf, ne? Ja, 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 genau. Du weißt doch, äh, du darfst nicht fasten, äh, die diskutieren tagelang manchmal drum. Diskutieren tagelang drum, dass sie doch nicht fasten sollen. Also, grad umgekehrt, ne? Äh, manchen... Auch andersrum, ne? Dass die Älteren die Kinder abhalten davon, dass sie dann halt nicht mit fasten. Und Kinder. Also, ich weiß noch, bei meinen Kindern, also, die wollten sehr früh, ja, mit den Eltern aufstehen, fasten. Oder verhandelt wird... Papa, du musst mich aufwecken. Ja, ja, genau. Ich will zum Sahur aufstehen. Das gibt sonst Stress. Sonst ist es Ärger. Ähm, und wenn du das einmal nicht machst, und dann ist, ähm, du verlierst natürlich, ähm, Vertrauen bei Kindern. Die fühlen sich diskriminiert. Ausgeschlossen. Und ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Das darf man nicht machen. Wir haben dann so einen Deal gemacht, weil, als die Kinder noch klein waren, sie sollten halt bis Mittag fasten. Oder bis Schulende fasten. Und dann bekamen sie Ärger in der Schule. Die wollten eigentlich durchfasten. Die haben gesagt, wenn du kommst, kannst du eine Kleinigkeit essen, dann kannst du weiterfasten bis heute Abend. After-Schule fasten. Genau, after-Schule fasten. After-School-Fasting. Und so ein Handeln war das. Ja, ähm. Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt angefangen hast zu fasten, äh, kann man es auch unterbrechen? Genau, sehr, sehr wichtige Frage. Äh, es gibt, ähm, Umstände, da muss man mit dem Fasten aufhören. Ähm, wie zum Beispiel, du hast stark erbrochen, du, ähm, merkst, dir geht es nicht mehr gut, deine Gesundheit ist beeinträchtigt. Oder du weißt, du hast einen medizinischen, äh, Eingriff, OP, irgendwas. Äh, oder du, ähm. Du kippst um. Du kippst um. Du kippst um, spätestens dann sollte man aufhören. Ganz genau. Du kippst um. Ähm, also es gibt klar diese Umstände. Also das ist auch ein, da gilt natürlich auch die Regel, egal wer dir, ne, wie, da heißt es so schön in einem Propheten-Spruch, egal welcher Mufte dir Fatwa gibt, frage dein Herz. Also wir sind selber, jeder Muslim ist verantwortlich, äh, für das eigene Verhalten. Man muss sein eigenes Herz fragen. Wie ist es? Ähm, ähm, wie geht es mir? Also ich muss, ich habe eine Fürsorgepflicht für meinen eigenen Körper. Und es sei denn, klar, bei Kindern, äh, altersschwachen oder senilen Personen, da müssen andere drauf aufhören, oder psychisch kranken. Es gibt ja auch die Redewendung, ne, auf sein eigenes Gewissen hören. Genau, genau. Und also, die, 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 der Muslim, der Muslim hat die Verantwortung, eben gewissenhaft zu handeln. Und sollte von außen nicht gesteuert werden, dann ist es auch keine Frömmigkeit. Wenn, wenn einer von außen sagt, fasste oder fasste nicht, äh, dann ist es auch kein, keine... Das ist dann eher Frömmelei, ne? Ja, das ist eine Frömmelei, hat keine, ist nicht Frömmigkeit. Das ist, ähm... Vorgespielt. ...etwas, was verpönt und wenn es streng genommen verboten ist. Man darf nicht von außen Eingriff nehmen. Der Glaube ist nur echt und authentisch, wenn sie von, von sich ausgelebt wird. Also freiwillig. Der Glaube. Genau. Der Glaube ist nur gültig vor Gott, wenn dieser Glaube freiwillig ausgelebt wird. Also, auch für das Fasten gilt die Freiwilligkeit und nicht von außen Gezwungene. Alles, was gezwungen ist, ist natürlich nicht muslimisch, wenn ich das so sagen darf. Aber du darfst natürlich jetzt von außen eingreifen und sagen, unsere Zeit ist zu Ende. Wir sollen zu Ende kommen. Kommt zu Ende. So, ihr Lieben, wir sind wieder am Ende eines Videos. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Vergiss nicht. Liken, kommentieren, abonnieren und die ganze Schikane. Volles Programm. Auch wenn ich mal gesagt habe, das ist ein Geheimtipp dieser Kanal. Nicht liken, nicht abonnieren. Das war ironisch gemeint. Okay? Hast du nicht bitte gesagt? Ich habe nicht bitte gesagt. Bitte, bitte, bitte. Alles klar. Alla tschüss, bis dann.